Das Lagerhaus da vorne, dort habe ich Ukon vor einer Woche gesehen, mit irgendwelcher Scheiße beschäftigt. Dann lass uns mal an diese Tür klopfen. Und ich hab kein Geschenk für ihn. Du Armer. Darf ich... Hallo? Okay. Ich dachte, ich darf mich jetzt nicht bewegen. Okay, wir haben 15 Züge Zeit, um die Mission zu absolvieren. Jetzt muss ich mal aber ganz kurz hier Luki-Luki machen. Okay, wir haben hier eine Kiste. Ich denke mal, auf der Map werden schon Gegner sein. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Der Witz war total scheiße, ich weiß. Okay, da haben wir auch noch eine Kiste. Ich glaube, es sind nur zwei Kisten. Also die... Warte mal, habe ich nicht irgendwo anders jetzt noch eine? Die und... Ne, hier ist keine Kiste. Hey, warte mal. Die und die da hinten. Okay, wie schon gesagt, ich denke mal, hier werden Gegner sein. Das heißt, wir werden mit Dias... Hier in Megan. Ja, mit der Hauptschutzung ist irgendwie klar. Also, da brauchen wir auch nie diskutieren. Die kommt mit auf die große Straße. Jack, würde ich sagen, nehmen wir auch noch mit hier lang. Ah, nee, nee, ach Quatsch. Nee, Jack nehmen wir mit. Oder? Verstanden. Okay, du kommst definitiv. Ich brauche ein Experte mehr, wenn ich sage. Ja, Tron geht auch hier lang. Da ist ein Zaun, da kommen wir nicht durch, oder was? Ich glaube, da kommen wir gar nicht durch. Scheiße. Okay, jetzt schon, glaube ich, verkackt. Scheiße, das ist doof. Macht, was ihr immer macht. Locust gesichtet. Feuer frei. Du hast Ukon also gesehen? Bist du näher an ihn rangekommen? Wenn ich das hätte, wäre ein Kopf kürzer. Das verspreche ich dir. Ach so, hier ist die Tür offen. Aha. Und hier ist auch ein... Ah, gucke mal. Ich bin unterwegs. Und hier ist auch eine Kiste. Okay. Dann will ich mal kurz gucken. Nee, okay, das Haus ist dicht. Okay. Wo steht denn eigentlich hier, ne? Ich habe den erst mal gerade gesucht. Ähm, wie machen wir das? Okay, du gehst mal hier hin. Das ist scheiße. Okay. Das heißt, du wirst jetzt einfach hier in die Richtung Feuerfluss gehen. Also dann. Ich glaube, Dias werden wir noch mal kurz hier hinschicken. Rücker aus. Du gibst auch mal Feuerschutz. Halte Ausschau. Sie könnte eigentlich... Wir machen das mal so. Ich weiß, wir werden jetzt ein bisschen Damage nehmen. Aber werden die töten. Und werden mal gucken, wie... Ah, okay. In Bewegung. Egal. Wir werden sie ein bisschen hinschicken. Und werden ihr einfach ein Schild geben. So, wir geben ihr ein Schild. Mit Jack. Jetzt haben wir sie. Mal gucken. Ich... Ah, ist... Genau ins Fadenkreuz. Feind am Boden. Okay, wir haben hier drei. Wir haben hier fünf. Okay, wir müssen Tron so schnell wie möglich irgendwie hier hinkriegen. Weil Tron soll den Weg hier gehen. Tron soll definitiv hier längs mitmachen. Sie soll nicht so weit nach vorne. Naja, wohl. Nee, das ist doof. Komm mal her. Geh mal hier hin, Mädel. Und mach mal... Das hier. Jack kommt einfach mal hier mit. Der bleibt mal mit draußen. Okay. Ja, machen wir erstmal so. Wir können ja... Wir können es ja immer noch einsammeln. So, und dann würde ich sagen, wir machen jetzt... Wir bereiten hier auch nochmal Feuerschutz vor. Redburn. Wie sieht denn das aus, wenn du jetzt eine Granate werfen würdest? Total beschissen, weil du nie rauswerfen kannst. Alles klar. Schön, dass wir darüber reden können. Okay. Aber was hat der? Deckung. So, mein verbindeter Entdeckung hält 40% auf Ausweichen. Kann ich das auf ihn selbst wirken? Nee. Okay, schade. Bringt mir auch nix. Wäre sinnvoll, wenn Tron angreifen würde. Das heißt, es macht alles hier gerade keinen Sinn. Das heißt, wir werden jetzt mal so machen. Und das war's. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Ich muss sagen, ich habe mit ein bisschen was anderes gerechnet. Ich dachte eher, die... Ich habe hier Ausrüstung gefunden. Achso, du musst nachladen. Hä? Sag mal, lad mal nach. Wie sieht denn das aus? Wie viel kriege ich denn? Richtig... Paller. Komm. Kriegst du ja wohl... Ein... Dann wirfst du mal so. Werfe Granate. Ziel ausgeschaltet. Ähm... Da-dum... Guck mal hier. Nur zwei. Dann werden wir Toren hier hinschicken. Scheiße, Konzentration. Aha. Sagen wir mal die Kiste bitte ein. Das sollte nützlich sein. Ah, den müssen... Also, den müssen wir... Eigentlich müssen wir den... Ah... Aber nicht mit Dias, oder? Ne, Dias, du gehst mal hier hin. Flucht! Das Van-Wrack ist mir im Weg. Schalte die Locust aus, damit wir es bewegen können. Okay, sie schicken wir mal hier hin. So, und wir gucken mal. Jawohl. Und ich würde sogar sagen, die lassen wir auch hier erst einmal so stehen. Weil hier ist so eigentlich eine gute Reichweite. Oh, das ist jetzt... Pass mal auf, geh mal hier in Dias. Das ist wirklich gerade ein bisschen Twiggy. Dann machen wir mit den Aim-Schuss... Ich halte die Augen auf. Machen wir Feuerschuss. Feuerschutz. Okay. Wir müssen ihn hier loswerden. 30% nur. Ah, kriegt nix. Ähm... Ne. Okay, wir wingmen sie mal. Gut gemacht, Jack. Ja, wir versuchen es mal. Keine Munition mehr! Ich muss die Maschine füttern. Warte auf Befehle. Ah, das ist echt jetzt hier gerade... Hey! Ich will halt nie die Splitterkrater... Ich will die Splitterkraternähe ausgeben. Ich weiß, ich könnte es machen, aber... Aber wieso... Ah, wenn ich ihn jetzt... Verstehe ich nicht. Der wird überall getroffen. Wieso wird der hier getroffen? Egal. Dann würde ich mit ihnen hier hinlaufen. Und verleihe allen Verbündeten 1 AP. Ist jetzt die Frage... Ah, bringt mir das? Versuch's mal so. Okay, so hat's auch funktioniert. Okay, so hat's auch funktioniert. Ist okay, das konnte ich mir denken. Okay, den werden wir unterbrechen. brechen. Sehr schön. Und... Redburn, Redburn, Redburn. Was machen wir mit dir? Wir haben hier oben eine kaputte Lagerhalle. Ja, ja. Ist schön für den Controller. Boah, schwierig. Oh, Redburn schicken wir erst mal hier hin. Erwischt. Okay. Ähm... Ja, komm. Mach mal. Au. Au. Das war's. Schieb den Van aus dem Weg, damit wir weiter können. Zu Befehl. Gut, ich mach's mal weg. Also mein Feske. Gut, dass sie die Handbremse nicht angezogen haben. Los, das Lagerhaus ist da vorn. Ach so, den Van. Ich dachte, die redet hier von einem LKW. Aber sie hat ja Van gesagt. Macht das Sinn. Also wir müssen ja jetzt hier weiter. Ich bin unterwegs. Ich bin hier. Boah, aber das noch in 10 Zügen schaffen. Könnte interessant werden. Ich hab das Gefühl, das Lagerhaus... Oh, nee. Okay, die kriegen... Da ist ein Scharfschütze im Spiel. Schaltet ihn schnell aus oder er nagelt uns fest. Alles klar, wir sind dran. Okay, das ist natürlich jetzt... Ja, 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 ja. So, warte mal. Jackie Wolf. Nimm mal die Kiste. Und du gehst mal bitte jetzt erstmal hier hin. Ich denke... Das wird ja nur... Emulsionsvorrat schon. Wir können ihn nicht töten, aber wenigstens ärgern. Platziert eine Ladung an den Benzintanks. Wo sind denn die Benzintanks? Hä? Ist das die Dinger hier? Nee, das sind ja keine Benzintanks. Oh, das wäre natürlich... Ja, gut. Brauche ich das? Aber von hier reingehen wäre eigentlich voll sinnvoll. Na gut. Aber nicht mit dir, weil der hat Halkrand. Das macht zum Beispiel keinen Sinn. Kein Problem. Halte Ausschau. Okay. Also, du musst definitiv hier hoch. Ich brauche mal hier oben. Sprich mit mir. Sie aber eigentlich auch. Also, die brauchen wir auch... Eigentlich oben. In Bewegung. Okay, das ist echt schwierig, ne? Also, ich denke mal, wir kriegen das jetzt nicht mal hin. Direkt reingelaufen. Hi! Ich bin der Neue. Hm. Ist das der Scharfschütze? Nee, wo ist denn eigentlich der Scharf... Das ist der Scharf... Das müsste der Scharfschütze sein. Okay, das ist auch ein Scharfschütze. Und wir haben zwei Scharfschützen. Boah, das wird ja... ...mega lustig. Jetzt wird getötet. Das darf ein Experte auf Standby. Pass mal auf, Tron kann ja ne... ...kann er... ...geg mal hier hin. Schau mal, dass wir die zwei Wachen schon mal aufbekommen. Hammer. Gut. Scharfschütze ist erledigt. Sehr schön. Letzter Schuss. Ach komm, mach's. Es reicht halt nicht. Shit, nur noch eine Kugel. Magazin ist völlig leer. Boah, sie muss hier... Warte mal. Geht klar. Die Gutste muss ich jetzt erstmal hier rausholen. Okay, zumindest haben wir ihn schon mal. Ich verstehe halt nicht... Wo sind denn hier die Benzintanks? Das verstehe ich. Das checke ich halt nicht. Das hier? Soll ich hier auf den einen Tank da schießen? Oder ist das? Also das checke ich gerade nicht. Ich kann mal... Ich weiß nicht, ob hier schon die Mission vorbei ist. Ich hab irgendwie das Gefühl, es geht noch weiter. Also ihr geben wir mal hier oben das Schild. Das ist klar. Danke für die Unterstützung, Jack. Es wird ernst, Leute. Okay, ich hab jetzt natürlich gar keinen Feuerschutz, ne? Ah, der wird hochklettert. Nee, der wird hochklettert. Das ist nicht hoch. Okay. Machen wir ernst? Röcke auf. Dias, du gehst mal hierhin. Und Dias muss nachlassen. Scheiße. Ah, das habe ich vergessen. Okay. Dias muss nachlassen. Das war jetzt ein dummer Zug von mir. Ich weiß, sie müssen halt alle nachladen. Das ist so mega nervig. Geht das? Kann ich von hier aus Bayern? Ja. Okay. Er steht zwar jetzt total beschissen, da ich weiß. Und die Gutsche. Alles klar. Das war anders geplant. Alter, das ist so. Achso, okay. Gut, da wird jetzt... Ah, scheiße. Da wird sein Kollegen jetzt... Geh mal hier in meine Gutsche. Okay, nachladen. Macht richtig Sinn, mit Jack hier hinter zu gehen. Ich weiß. Also ich weiß gerade nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. So, kommen jetzt noch mehr Gegner. Okay, nein, jetzt kommen nicht noch mehr Gegner. Sehr schön. Ich glaube, wir sind sicher. Ihr Faschisten könnt kämpfen. Das muss ich euch lassen. Danke. Ist das erste, was wir in der Faschistenschule lernen. Oh Gott. Aber komm wegen unserer Uniform nicht auf falsche Gedanken. In Ordnung. Oh, das wird Ukon nicht gefallen. Es gibt keinen Grund noch zu bleiben. Gehen wir zurück. Bleibe in Alarmbereitschaft. Das ist er. Nee, oh fuck. Nee, warte mal. Ich muss jetzt halt noch dahin laufen, ne? Ich habe noch sechs Züge Zeit. Das schaffe ich never ever. Ich muss halt mit allen dahin, ne? Okay, das muss man, sowas muss man natürlich vorher wissen. Oh, das schafft das. Also, das ist, nee. Wow, jetzt bin ich mit Jack. Och, alter Scheiße. Das ist jetzt kacke gespielt gewesen von mir. Muss man echt sagen? Warte mal, also hier kommt man, kommt man, nee, hier kommt man nicht durch. Drück herauf. Wir haben hier Deckung. Okay, sie sind dran. Er ist doof, ne? Wenn man das nicht wählt, sonst ist es dann nicht so pralle. Bitte, was? Ich wollte mich fach. Das war reine raffinierte Emulsion. Mit diesen Tanks könnte man Raketen ins All schießen. Oder ein Wahnsinnsmonstrum antreiben. Boah, scheiß okay. Wir haben bei Ukon nur die Oberfläche angekatzt. Ihr müsst in Feuerschutz hierbleiben, anders geht das gar nicht. Habe alles im Blick. Was gibt's? Dias, du gehst mal... Einfach just for fun gehst du mal hierhin. Glaub an dich, das schaffst du. Machen wir nämlich mal Feuerschutz so. Eigentlich mit Tron wäre das auch nicht schlecht, ne? Ich habe halt... Ah, das ist halt... Sie ist halt noch so weit hinten. Sie hat halt noch eine Granate. Das ist das Problem. Jetzt haben wir sie. Ich verstehe doch nicht, ob sie auch da drin sein müssen in der Zielmatrix. Wir haben es nie. Erzähl deinen Freunden von mir, Arschloch. Geh einfach mal ein bisschen hin. Ich will mir mal wissen. Oh je, die Grimmatour. Das ist okay, gut. Dann machen wir so. Problem ist, ich muss halt jetzt noch bis dahin laufen, ne? Ich weiß es nie. Vier Züge habe ich dafür noch Zeit. Laber, nie so ein Schwachsinn. Ich bin nur unterwegs. Ja, irgendwie das Gefühl, das war es noch nicht. Befehle? Und ich stelle gerade meine Einheiten so bescheuert hin, aber gut. Hä, warte mal hier. Nein! Nein, ey! Dann lauf halt da hin. Okay. Jackie, kommst du mit hier hin? Boah. Dann starten wir mal die Show. Ich dachte jetzt ohne Spaß, es kommen jetzt noch übelst viele. Okay. Bin unterwegs. Traffenexperte hier. Okay, Tron haben wir jetzt auch hier drin. Ja. Sie kommen bis hier hin, das ist ganz okay. Ja, schaffe doch noch. Muss ich ganz ehrlich sagen, damit hätte ich jetzt überhaupt gar nicht mal gerechnet. Also sie muss nur noch in Kreis und dann haben wir auch. Feinde im Anmarsch! Jep. Ich gehe los. Tja, Ukon haben wir zwar nicht gefunden, aber wir haben ihm einen Denkzettel hinterlassen. Was Wochen gedauert haben, die Emulsion zu sammeln. Ich muss zugeben, es hat sich gut angefühlt, es diesem Arschloch zu zeigen, anstatt wegzurennen. Einen Ort gibt es noch, wo er sein könnte. Das Geile ist, wir haben das optionale Ziel geschafft. Damit muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich eigentlich überhaupt gar nicht gerechnet. Aber wir haben es doch irgendwie hinbekommen. Okay, das war wirklich, muss ich sagen, eine stressige Mission. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem das Ende hat mich dann doch ein bisschen verblüfft. Krass. Aber wir haben es dann doch geschafft. Also so scheiße sind wir dann doch nicht. Konvoi-Upgrade freigeschaltet. Okay. Du hast eine Rücksetzungs... Rücksetzungsmarke. Eine Rücksetzungsmarke. Meine Herren, wieso kann ich... Ich brauche eine Brille. Okay. Damit kommen wir die Fähigkeiten von den Einheiten, das ist nicht schlecht. Nein. Bevor jetzt welche Fragen... Ich kann lesen. Das Problem ist, ich kann die mal wirklich auf dem Bildschirm lesen. Das habe ich aber schon ein bisschen länger. Aber ist eine andere Geschichte. Ich brauche eigentlich eine Brille. Okay. Guti. Dann gehen wir mal zur Kaserne. Oh, das ist gar nicht schlecht. Da er gerade der Einzige ist, der Haltfähigkeiten hat... Ne, die Magazin... Das würde ich eher Tron geben, die Magazingröße. Pass mal auf. Wenn wir jetzt... Zu Tron gehen... Den geben wir mal die Stiefel. Sieht's denn aus mit... Boah, ne. Die ist kacke, okay. Okay, sie hat auch was Neues. Ja. Ja. Und ja. Sehr schön. Nee. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Können wir da mal geben. Nee, brauchen wir auch nicht. Achso, aber wir können ihr mal Fähigkeitenpunkte nochmal geben. Win. So, wir gucken mal ganz kurz hier. Passive. Wenn diese Einheit den ersten Schuss mit vollem Magazin ergibt, erhält sie einen Schadensbonus von... Das ist gar nicht so schlecht. Die können wir doch mal geben. Hä? Achso. Hä? Ich habe ja noch nicht die. Warte mal, was kann ich denn hier... Wenn diese Einheit in diesem Zug als erste ins Visier genommen wird, erhält sie einen... Das können wir machen. Das ist... Moment mal, achso, ich habe auch noch nicht die... Ja, Mann. Gut. Ja. Dann sehen wir uns... Oh, die Kim hat noch irgendwas. Ah, die will ich eigentlich gar nicht. Ja, doch, obwohl... Können wir trotzdem mal ausrüsten. Ja. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein und tschüssi.